1972 ist mein Vater der letzte Bauer, der mal mit den Kühen gefahren ist. Und da ist er vorne am Heiwagen gesessen und ich habe mir zu ihm gesagt, Vater, wenn du im Wald aufgehst, dann kriegst du von der Auflage eine Stadt, dass sie die Kühe an den Kiebelnars nachhegen muss, dass sie nicht mehr auf die Straße nachheben. Abrechtdorf, Abrechtdorf.